Musik Hallöchen liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classylicious. Ja, die Show gibt es auch noch oder diese Serie. Ich hatte ja schon einmal erklärt, es war einfach ein bisschen zu viel über Retail und Classic zu berichten. Deswegen musste Classylicious leider weichen. Aber heute gibt es ein ganz besonderes Thema, worüber ich auf jeden Fall sprechen möchte und das sind die Burning Crusade Server. Was ist passiert? Einige ausgewählte Spieler aus der WoW-Community haben eine Umfrage per E-Mail von Blizzard erhalten, wo eine ganz bestimmte Frage gestellt wird, die etwas mit den TBC-Servern zu tun hat. Ich sag's ganz ehrlich, ich war sehr überrascht von dieser Meldung, allerdings nicht aufgrund des Themas TBC-Server, sondern wegen des Zeitpunkts. Wir stehen ja gerade erst vor der vierten Endgame-Phase in Classic. Da kommen noch zwei Endgame-Phasen. Das Ganze wird sicherlich noch bis zum Ende des Jahres andauern, bis dann vielleicht die Ersten sagen, okay, so, jetzt ist der Content langsam durch in Classic. Demnach ging ich eher davon aus, dass wir auf der BlizzCon 2020 die offizielle Ankündigung für die TBC-Server bekommen. Aber nein, jetzt ist es schon soweit. Zumindest wurden sie angedeutet. Ganz offiziell wurden sie natürlich nicht angekündigt. Aber man muss hierzu natürlich sagen, diese Umfragen, die Blizzard da ganz selten mal verschickt, die haben schon etwas zu bedeuten. Wir erinnern uns, es gab auch schon mal eine Umfrage, in der es hieß, hey, wir machen übrigens ein Level Squish. Wie findest du das? Obwohl Shadowlands noch gar nicht angekündigt war. Nun ist Shadowlands angekündigt und was bekommen wir? Ein Level Squish. Also das war auf jeden Fall schon eine klare Andeutung. Und bei der neuen Umfrage ist es genauso. Dass es nach Classic weitergehen wird, stand für mich und ich glaube auch für viele andere schon seit längerer Zeit fest. Spätestens seitdem wir erfahren haben, wie unglaublich erfolgreich Classic eigentlich wirklich ist. Die Veröffentlichung war überwältigend, muss man sagen, für uns Spieler und für die Entwickler. Es mussten sehr viele zusätzliche Server online geschaltet werden. Und wie ganz offiziell gesagt wurde, die Abozahlen haben sich verdoppelt nach dem Release von Classic im dritten Quartal, war das dann ja genau, von 2019. Jetzt sagen einige vielleicht, naja, war ja nichts Besonderes, denn es wurde ja schon gesagt, dass es am Anfang bestimmt einen totalen Ansturm geben wird, was ja passiert ist. Aber dann flacht es sehr schnell wieder ab. Die ganzen Fans, die damals gespielt haben, kommen zurück, sehen dann aber, nee, ich habe doch keine Zeit für den ganzen Scheiß, weil jetzt habe ich meine Familie und meinen Job und so weiter, früher war ich Student oder Schüler oder irgendwas anderes, wo man sehr viel Zeit hat. Und da konnte ich das Spiel wirklich aktiv spielen, jetzt geht das nicht mehr. Nun, bei einigen war das eventuell so, doch bei vielen anderen ist dem nicht so. Classic ist weiterhin erfolgreich, die Zahlen sind stabil, die Server sind stabil, es gibt immer noch eine hohe Auslastung. Jetzt aufgrund dessen, dass wir ja alle eher zu Hause bleiben müssen, gibt es sogar wieder Warteschlangen. Und zwar nicht nur welche mit 10 oder 20 Minuten, sondern mit 60 bis 120 Minuten Wartezeit. Und was man hier ebenfalls erwähnen sollte, ist der Earnings Call 2019 zum vierten Quartal von Activision Blizzard. Der kam Anfang Februar raus und das Besondere ist, dass Retail-WOW dort kaum erwähnt wurde, außer natürlich, dass die Entwickler in Shadowlands arbeiten, aber im Fokus vom WoW oder vom Warcraft-Franchise stand tatsächlich Classic. Es wurde abermals erwähnt, sehr erfolgreich, stabile Spielerzahlen und hohe Abos für WoW aufgrund dessen, dass man sich natürlich für Retail und Classic das gleiche Abo teilt, was dementsprechend, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung von Blizzard war. Lange Rede, kurzer Sinn an all die Classic-Hater da draußen, die sich jetzt schon wieder überlegen, was sie für einen bösen Kommentar unter dieses Video schreiben, Classic war erfolgreich, Classic ist erfolgreich und Classic wird sehr wahrscheinlich auch noch einige Zeit lang erfolgreich bleiben, da ja auch noch diverse Inhalte hinzugefügt werden. Obwohl man vor dem Release von Classic noch überhaupt nicht absehen konnte, wie erfolgreich jetzt das Projekt ist und wie lange das anhalten wird etc., stellten sich aber klarerweise viele die Frage, okay, was passiert denn aber nach Classic, wenn der ganze Content da ist, wenn langsam die Langeweile einsetzt, werden einfach für immer diese Classic-Server online gehalten, solange es eine ganz okaye Anzahl von Spielern gibt oder geht es danach weiter, wird es vielleicht zusätzliche Inhalte für Classic geben, das sogenannte Classic Plus, wie es immer bezeichnet wird, dass die Entwickler tatsächlich anfangen, neue Inhalte für Classic WoW zu entwickeln, für das Endgame von Classic, anstatt zum Beispiel mit TBC oder WOTLK-Servern weiterzumachen. Diese Frage wurde so oft in irgendwelchen Interviews gestellt und die Entwickler haben immer gesagt, es ist zu früh darüber zu reden, es wäre interessant das zu machen, sie hätten Bock da drauf, aber man muss erstmal sehen, wie Classic an sich ankommt. Offenbar ist es nun aber an der Zeit darüber zu reden und wir widmen uns mal der Umfrage. Wie gesagt, einige Leute haben die bekommen per E-Mail, ich habe sie zum Beispiel nicht bekommen, andere haben darüber geschrieben, dass sie sie bekommen haben, auch im deutschen Bereich. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was Blizzard von uns wissen möchte. Und das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Frage tatsächlich und es ist gut, dass die Community da ein Mitspracherecht hat. Also, welche der potenziellen Möglichkeiten würdest du bevorzugen, wenn man mit einem Charakter auf offiziellen Classic Burning Crusade Servern durchstarten könnte? Antwortmöglichkeit 1. Mit den aktuellen Charakteren auf dem aktuellen Classic Server weiterspielen, der in einen BC Server umgewandelt wird, aber mit der Möglichkeit, Charaktere auf einen Server zu übertragen, auf dem man immer Classic spielen kann. Zweitens, einen komplett neuen Charakter sofort auf Level 58 auf einem Burning Crusade Server starten. Drittens, einen komplett neuen Charakter auf einem Burning Crusade Server starten. Oder viertens, die eigenen Charaktere von einem Classic Server auf einen Burning Crusade Server transferieren, während der Classic Server so bestehen bleibt, wie er zu diesem Zeitpunkt ist. Schnell zusammengefasst, entweder es gibt komplett neue TBC Server und dort muss man mit einem Charakter auf Level 58 starten, mit einem Charakter auf Level 1 oder man kann seinen Charakter von Classic auf diese TBC Server transferieren. Oder die andere Möglichkeit ist eben, dass die aktuellen Classic Server zu TBC Server umgewandelt werden. Es läuft quasi so wie früher ab, so wie immer, wenn ein neues Adhan kommt, aber es gibt halt die Möglichkeit, dass Classic Server nebenbei weiterhin laufen und man die Charaktere dort wieder zurück hin transferieren darf. Erst einmal muss man hier sagen, dass es sehr gut ist, dass die Entwickler schon einmal Classic Server behalten wollen. Es gibt nicht nur ein Upgrade auf BC, sodass es danach nie mehr möglich ist, Classic zu spielen, denn sonst wäre man ja bei dem gleichen Problem, was es aktuell im modernen WoW schon gibt. Neues Adhan kommt raus, man kann nie mehr das spielen, was man vorher vielleicht lieber gespielt hat. Von der Infrastruktur sieht es also tatsächlich irgendwann so aus, je nachdem, ob nach BC zum Beispiel auch noch WoTLK kommt, dass es dann sehr viele verschiedene WoWs gibt und man kann sich für das entscheiden, was man am liebsten aktuell spielt. Über so ein Konzept habe ich ja tatsächlich auch schon einmal geredet im Laufe der Classic Berichterstattung und es wäre sehr interessant zu sehen, was passiert wäre, wenn das wirklich so von Anfang an umgesetzt worden wäre, sodass es heute, ich glaube, sieben verschiedene WoWs geben würde. Ja, ich glaube sieben. Würde es sehr viel mehr WoW-Spieler geben, die sich halt überall verteilen. Wie wäre das Feeling? Wäre es cool, immer so zwischen den verschiedenen Epochen hin und her zu springen, je nachdem, wo man gerade Lust drauf hat? Oder wäre es im Endeffekt dann auch nicht so cool? Man weiß es nicht, sowas müsste man tatsächlich mal ausprobieren und offensichtlich passiert das ja jetzt. Aber kommen wir zum zweiten Teil der Frage, nämlich was passiert mit den Charakteren? Und da kann ich schon mal zwei Antwortmöglichkeiten direkt ausschließen, nämlich neue Charaktere müssen auf den TBC-Servern erstellt werden, entweder auf Level 1 oder auf Level 58. Für mich ein No-Go, denn in einem MO-RPG geht es um den eigenen Charakter. Es wäre ziemlich bescheuert, wenn ich meinen Charakter nicht mehr haben dürfte, aufgrund dessen, dass ich jetzt TBC spielen möchte. Ich will natürlich meinen Charakter aus Classic mitnehmen, so wie es immer ist, den Charakter, mit dem ich eine emotionale Verbindung habe, wo ich Erinnerungen habe, wo ich coole Items bekommen habe. Damit möchte ich jetzt das nächste Abenteuer erleben. Jedoch gibt es tatsächlich zwei Gründe, die mir einfallen, wieso so etwas gar nicht so dumm wäre. Erstens, es wäre ein kompletter Neustart, jeder fängt wieder auf dem gleichen Level an, alle erleben das gleiche Abenteuer, niemand hat irgendwelche Vor- und Nachteile. Und der zweite Grund geht eigentlich auch mit dem ersten so ein bisschen einher, nämlich die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist essentiell wichtig in einem MO-RPG, sie muss gut laufen. Ich für meinen Teil finde, dass die Wirtschaft im modernen WoW komplett miserabel ist. Sie wurde zerstört durch diverse Gameplay-Mechaniken, natürlich auch dadurch, dass das Spiel so alt ist und immer mehr Gold ins Spiel auch hineingeschmissen wurde. Das ist halt tatsächlich nicht mehr wirklich schön. Sicherlich wäre es möglich, einfach mit jedem neuen Erweiterungs-Server ein Reset zu machen. Man darf seinen Charakter mitnehmen, aber er hat null Gold und alle Items, die man verkaufen könnte, sind auch weg, sodass die Wirtschaft wieder bei null anfängt. Doch das ist auch ein ziemlich unschönes Gefühl, finde ich, wenn man alles von seinem Charakter verliert. Mal bis auf die Reputation und bis auf das eigene, was man halt anhat als Ausrüstung, irgendwelche seelengebundenen Items, was auch immer man da behalten dürfte. Ich bin da echt unentschlossen und ich würde gerne eure Meinung zu diesem Thema speziell hören, unten in den Kommentaren. Wäre es okay für euch, wenn euch Sachen weggenommen werden? Oder findet ihr es blöd und ihr würdet deshalb nicht weiterspielen, weil da ja schließlich auch ein gewisses Zeit-Investment hintersteht, dass man das ganze Gold verdient hat durch Farmen von MUDs, durch das Herstellen von irgendwelchen Handwerksgegenständen etc. Übrigens kann man das natürlich auch so ein bisschen vergleichen mit dem Ausrüstungs-Reset, der mit jeder Erweiterung ganz natürlich kommt. Denn die ganze Ausrüstung, die man im Endgame von der vorherigen Erweiterung verdient hat, ist nicht mehr wirklich wertvoll, weil die ganzen neuen Items von der Levelphase schon allein in dem nächsten Add-On sehr viel mächtiger sind. Heißt also, alles was man vorher hart verdient hat, ist nutzlos. Zumindest ab einem bestimmten Level. Die beiden anderen Antwortmöglichkeiten sind jetzt entweder, man spielt direkt auf einen TBC-Server und darf seinen Charakter wieder zurück zu Classic transferieren oder man spielt immer noch auf Classic und darf seinen Charakter auf die TBC-Server rüber transferieren. Welche der beiden Möglichkeiten wäre besser? Eine sehr gute Frage und das Problem hierbei ist, inwiefern wird die Server-Community dabei beschädigt? Die Server-Community ist etwas sehr Wichtiges in Classic. Darum ging es ja vielen wirklich, dass man endlich wieder eine Community aufbaut, dass man immer mit den gleichen Leuten spielt, dass man sich gegenseitig kennt, dass man eine Berühmtheit, sag ich mal, wirklich auf einem Server werden kann, bla bla blub. Wenn man jetzt die Classic-Server auf TBC upgradet, würde das bedeuten, dass die Server-Community die gleiche bleibt. Wer keinen Burning Crusade spielen möchte, der geht dann halt einfach wieder zurück und ist auf irgendeinem Server, wo halt alle drauf sind, die gerne weiterhin nur Classic spielen möchten. Wenn man jetzt die andere Variante nimmt, also Classic-Server und BC-Server existieren und man muss von Classic aktiv auf BC rüber transferieren, kann ich mir nur sehr schlecht vorstellen, dass Blizzard einfach zu jedem Classic-Server einen TBC-Server kopiert. Also es gibt genauso viele TBC-Server wie Classic-Server und man bekommt den gleichen Server mit der gleichen Community, zumindest mit dem Anteil, der Burning Crusade spielen möchte. Denn das würde wahrscheinlich auf einige leere Server hinauslaufen, weil vielleicht nicht alle von Classic-TBC spielen wollen. Allerdings fällt mir dabei auch gerade auf, dass das andersrum genauso wäre. Sagen wir einfach mal, es gibt weniger Burning Crusade-Server und diverse Leute von Classic transferieren rüber auf die Burning Crusade-Server, die dann eventuell voller sind, aufgrund dessen, dass es weniger gibt. Dafür sind die vielen Classic-Server, die es gibt, dann leerer. Es ist egal, wie man es macht, irgendwie wird die Server-Community auf jeden Fall beschädigt. Allerdings sage ich jetzt einfach mal, wie ich das sehe und wieso die erste Antwort für mich die bessere wäre. Ich denke, dass der Großteil der Classic-Spieler auch gerne TBC-Server spielen möchte und es deswegen sinnvoller wäre, einfach die gleichen Server zu haben, die jetzt dann zu TBC-Server werden. Und wer halt keinen Bock drauf hat, der geht zusammen mit seiner Gilde vielleicht sogar, die alle lieber weiter Classic spielen wollen, zurück auf einen Classic-Server, der dann aber sehr wahrscheinlich ein anderer ist und wovon es dann auch weniger am Ende geben wird. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, vielleicht sehe ich das ganz falsch, dass es sehr viel mehr Leute gibt, die Classic spielen wollen anstatt TBC. Und falls das übrigens der Fall ist, dass viel mehr Leute, die TBC-Server wollen, neue Leute sind, die gar keine Classic-Server spielen, dann wären Antwortmöglichkeit 2 und 3 wahrscheinlich sogar besser, dass man sofort mit einem neuen Charakter auf den Servern startet, entweder auf Level 1 oder auf Level 58, wobei ich dann Level 1 dann doch schon sehr viel besser finden würde, weil die Level-Phase muss man ja auf jeden Fall mitnehmen, finde ich. Man kann nicht einfach sagen, so ihr startet dann halt einfach mit dem Level, mit dem man in Burning Crusade gestartet wäre eventuell, auch wenn es eigentlich 60 wäre für die meisten Classic-Spieler, aber 58, da kann man ja auch schon mit auf die Höllenfeuer-Halbinsel gehen. Ihr seht also, es gibt wirklich viele Gründe dafür, wieso es so viele verschiedene Möglichkeiten geben würde und ich bin sehr gespannt darauf, für was sich die Entwickler entscheiden werden. Klar ist auf jeden Fall, nicht jeder wird mit dieser Entscheidung zufrieden sein. So, das war jetzt der erste Teil des Videos mit Erfolg von Classic und die Umfrage. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil und da müssen wir uns die Frage stellen, inwiefern lohnt es sich Burning Crusade-Server anzubieten? Denn ich habe ja vorhin schon die Frage in den Raum gestellt, wie viele gibt es eigentlich, die wirklich aktiv von Classic auf TBC wechseln? Schon damals, als Classic-Server angekündigt wurden und dann natürlich auch die Frage, wie gesagt, kam, wann gibt es TBC, wann gibt es WUTLK, entstand klarerweise auch die Diskussion von den Leuten, die eher kein Fan von irgendwelchen Retro-Servern sind. Ja, dann ist es ja das Gleiche wie damals, es kommt einfach Addon für Addon, was hat das halt für einen Sinn? Irgendwann sind wir dann auch wieder bei WOD und BFA und Legion. Wieso soll man das machen? Und ich sage euch jetzt einfach das, was ich schon damals immer als Antwort gegeben habe, es ist ganz einfach. Es gibt unfassbar viele WOW-Fans und jeder hat seine favorisierte Erweiterung, die er sehr gerne gespielt hat und es ist einfach schön, zurückzukehren, all das noch einmal zu erleben, mit natürlich dem damaligen Patch-Stand. Also man kann jetzt auch als Level 120er zurückgehen in den geschmolzenen Kern, um die Nostalgie-Gefühle zu erwecken, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Man will es so wie damals wirklich erleben. Die Nachfrage in der Community ist vorhanden, da muss man nicht drüber reden und Blizzard hat durch Classic jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt. Sie wissen, wie sie das machen müssen. Es wurde selbst schon in Interviews gesagt, dass es für sie nun sehr viel einfacher sein wird, andere Erweiterungen anzubieten, aufgrund der Erfahrungen, die sie in Classic gesammelt haben. Also, wieso nicht? Am Ende des Tages ist es eine Win-Win-Win-Situation, denn das erste Win, man macht die Leute glücklich, die einfach das damalige Spiel wieder spielen wollen. Der zweite Win ist der, dass Blizzard sehr wenig Aufwand hat, ein altes Spiel wieder bereitzustellen und dadurch Geld zu verdienen, anstatt zum Beispiel was komplett Neues zu entwickeln. Und der dritte Win ist der, dass entweder die zurückgekehrten Leute wieder im Blizzard-Ökosystem drin sind und vielleicht auch die anderen Spiele spielen, vielleicht sogar Retail-WOW, oder aber die Leute, die aktuell Retail-WOW spielen und gar keine Lust mehr haben, die kündigen ihr Abo nicht, weil sie dafür ein anderes WOW-Spiel spielen können, wie zum Beispiel Classic oder Burning Crusade oder vielleicht in Zukunft dann WOTLK. Ich denke, die Chance ist sehr viel höher, dass die Leute ihr Abo immer aktiv behalten und je nachdem, worauf sie gerade Lust haben, spielen sie es, anstatt dass das Abo gekündigt wird, weil nur das eine WOW, was existiert, einem gerade nicht mehr gefällt. Natürlich muss man hierbei beachten, dass die Server von einer bestimmten WOW-Erweiterung auch mit einer gewissen Anzahl von Spielern gefüllt sein müssen, denn sonst macht das Spielen auch keinen Spaß. Man muss natürlich immer noch genug Spiele haben, um Gruppen für Dungeons zu bilden, für Raids, für PvP-Aktivitäten, die Welt sollte lebendig sein, dadurch, dass da Spieler rumlaufen, man sollte immer Spieler finden für irgendwelche Gruppenquests und Gruppenaktivitäten. Wenn dieses Ziel immer erreicht wird, dann können die Entwickler von mir aus auch WOD-Server wieder zurückbringen, wenn es genug Leute gibt, die das spielen möchten. Für mich persönlich gilt, ich nehme sehr gerne BC-Server, weil BC ist immer noch meine All-Time-Favorite-Erweiterung. Da habe ich quasi WOW richtig spielen gelernt, da habe ich angefangen zu reden, Classic war nur so ein bisschen rumpimmeln und gar keine Ahnung haben, was man da eigentlich macht. Und WOTLK ist auch noch eine Erweiterung, die bei sehr vielen Leuten ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht. Ich glaube auch, dass dafür genügend Spieler vorhanden wären, auch wenn sich da WOW langsam verändert hat. Ab Cataclysm muss man sich aber tatsächlich immer die Frage stellen, ob sich das noch lohnt, denn ab Cataclysm sind ja auch die Spielerzahlen von WOW gesunken und von dieser Erweiterung an wurden die Design-Philosophien, was WOW angeht, wirklich äußerst krass geändert. Cataclysm ist für mich immer der Startpunkt des modernen WOWs, während WOTLK, BC und Classic halt wirklich das klassische WOW sind. Auch wenn mir hier sicherlich Leute nun widersprechen, weil sie sagen, naja, in WOTLK wurde schon alles einfacher und das LFG-Tool kam, wobei das erst am Ende der Erweiterung der Fall war, etc. Ja, ich weiß aber, das ist so meine Sichtweise auf die verschiedenen Add-ons und den Lebenszyklus von WOW. Jetzt rede ich hier natürlich schon die ganze Zeit über die eher weit entfernte Zukunft. Wir sind jetzt erstmal bei den anstehenden TBC-Servern. Ich hoffe nicht, dass die Entwickler nun auf einmal anfangen, viele verschiedene Erweiterungsserver herauszubringen in einer sehr geringen Zeitspanne, sondern es sollte schon noch dieser zeitliche Fluss gewahrt werden, dass jede Erweiterung in etwa zwei Jahre aktiv bleiben sollte, je nachdem, wie so die Aktivität der Spieler aussieht. Wenn dann doch Langeweile auf einmal aufkommt, dann kann man natürlich den nächsten Server veröffentlichen, auch vielleicht früher, als es damals in der richtigen Laufbahn der WOW-Erweiterung war. Doch es wäre schon schön, wenn man das klassische WOW mag, dass man auch die verschiedenen Add-ons nacheinander spielen kann, ohne irgendwie auf einmal hinterher zu hinken, weil man gerade noch in Burning Crusade Patch 2.2 ist und auf einmal schon WOTLK-Server veröffentlicht werden. Jetzt aber wirklich wieder zurück zum Thema TBC und die Frage, wie viele Leute wollen wirklich Burning Crusade spielen, vor allem Leute, die aktuell Classic spielen. Also, es ist ja so, dass auch wenn damals, als BC und WOTLK rauskamen, die Spielerzahlen immer weiter angewachsen sind, es auch viele Leute gab, die das gar nicht so cool fanden, dass diese Erweiterungen rauskommen, dass das klassische WOW zerstört wird und deswegen sind die Classic-Server ja so beliebt, weil viele das ganz alte Spielgefühl wieder zurückhaben wollen. Ich habe mir mal fünf der Hauptgründe herausgesucht, die oftmals in Diskussionen genannt werden, wieso schon die erste WOW-Erweiterung das klassische WOW-Gefühl zerstört hat, in den Augen von einigen Leuten offenbar. Der wichtigste Punkt, der bis heute eigentlich gilt, ist der, dass mit einer neuen Erweiterung der komplette alte Spiel-Content obsolet wird. Man verliert seine Ausrüstung, man verliert seinen Progress, alle starten auf dem gleichen Level bei einer neuen Level-Phase und danach beginnt das neue Endgame. Das Einzige, was man eigentlich behält, ist zum Beispiel das Gold, was man verdient hat. Speziell beim Wechsel von Classic auf TBC ist es auch so, dass die ganze Spielwelt leider an Wert verloren hat. Die Besonderheit an WOW ist ja immer, dass Azeroth riesig groß ist, bereits in Classic. Mit BC wurde diese Spielwelt uninteressant. Ein neuer Planet kam mit seinen neuen Gebieten. Dort gab es die neuen Ressourcen, die neuen Raids, die neuen Dungeons. Alles drehte sich nur um die Scherbenwelt. Azeroth besuchte man eigentlich nur noch, wenn man ein Twink zum Beispiel gespielt hat, um ihn hochzuleveln oder vielleicht brauchte man auch mal irgendwas in den alten Hauptstädten, obwohl es ja auch Shadrat dann gab, die neue Hauptstadt. Es war grundlegend wirklich unnötig, zurück nach Azeroth zu kehren. Aus einer riesigen Spielwelt mit vielen verschiedenen Gebieten, verschiedenen Zivilisationen, verschiedenen Ressourcen und all das, wurde im Endeffekt ein Spiel, in dem man vergleichsweise auf einmal in einer sehr viel kleineren Spielwelt-Abenteuer lebt, nämlich der Scherbenwelt, wo es nur sieben Gebiete gab und wovon auch nur einige der Gebiete am Ende noch interessant waren. Das ist ja etwas, was sogar heute in Retail immer noch kritisiert wird, eine neue Erweiterung erscheint. Jetzt zum Beispiel BFA, wo man nur drei seiner fraktionsspezifischen Gebiete hat, wo man am meisten sich eigentlich aufhält, drei Gebiete, anstatt den unendlich vielen Gebieten von Azeroth. Man wird zwar manchmal dahingeschickt durch irgendwelche Kampagnen, doch der wahre Content findet halt auf diesen ganz kleinen Kontinenten oder manchmal auch Planeten statt. Ich kann ganz klar sagen, dass ich diese Begründung vollkommen verstehe. Ich finde es auch immer sehr unschön, dass das Grundspiel auf einmal nichts mehr wert ist, wenn eine Erweiterung herauskommt. Die Frage ist natürlich immer, wie sollte man das anders machen? Cataclysm hat es so ein bisschen gezeigt. Die alte Welt wurde überarbeitet. Es gab neue Zonen in der alten Welt. Das war ein großer Aufwand für die Entwickler. Aufgrund dessen war das Endgame nicht vorhanden. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das in einem kleineren Rahmen macht und wenn man mehr Ressorten zur Verfügung hat, was WoW ja zum Beispiel heutzutage hat in dem modernen WoW, dann könnte das tatsächlich zu einem interessanten Erweiterungskonzept werden. Man hat eine wirkliche lebendige Spielwelt, die immer weiter geht, wo man immer wieder neue Abenteuer erleben kann. Es gibt eine Geschichte, die auch in den ganzen Zonen immer weiter fortgeführt wird. Allerdings merke ich gerade, ich schweife ein wenig vom Thema ab. Deswegen halten wir einfach fest, der Grund, wieso einige Classic-Fans BC nicht mögen, ist, dass die Spielwelt dadurch sehr stark verkleinert wird. Und jetzt noch ganz schnell was zur Level-Cap-Erhöhung und dem ganzen alten Content, der irrelevant wird. Natürlich neue Erweiterungen, neues Level-Cap. Man hätte das nicht machen müssen. Man hätte das Grundlevel behalten können, 60 und den neuen Content mit neuer Ausrüstung einfach anbieten, was dann ja das Power-Level des Charakters erhöht hätte, dadurch, dass es neue Ausrüstung gibt. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie zu verhindern wäre, dass der alte Content obsolet wird, also vor allem was Raids und Endgame-Dungeons angeht. Denn wenn neue Spieler immer noch in das Spiel kommen sollen, was mehrere Jahre alt ist, was ja schon der Ansporn der Entwickler ist, dann müssen sie ein bisschen an die Hand genommen werden. Man sollte ihnen direkt ein gewisses Item-Level geben, wenn dieser neue Content zur Verfügung steht, als Catch-Up-Mechanismus, damit man wirklich den Content spielen kann, wo gerade die meisten drin sind. Zumindest fällt mir da keine Möglichkeit ein, wie man das irgendwie hätte anders gestalten sollen. Vielleicht durch Skalierungsmechanismen, aber das hätte wieder ganz andere Probleme hervorgerufen. Und damals gab es auch das ganze Skalierungssystem noch gar nicht. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und das ist natürlich das Fliegen, wodurch die Welt noch kleiner wurde. Es ist ein Diskussionspunkt auch immer noch im modernen WoW, dass das Fliegen dem Spiel nicht gut getan hat. Ich werde da jetzt auch nicht viel zu sagen, denn man kann da nur verlieren. Es gibt halt einfach die Leute, die für das Fliegen sind und die, die gegen das Fliegen sind. Und es ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe, wieso Classic-Fans B10 nicht mögen. Vor allem deshalb, weil das ja auch der Beginn der Zerstörung des Open-World-PvPs war. Dadurch, dass man einfach mit seinem Flugmount überall rüberfliegen konnte. Der Vorteil in der Schermwelt ist aber natürlich auch noch, dass es in den Zonen diverse PvP-Objectives gibt. Also wie zum Beispiel die Türme in, äh, oder auf der Höllenfeuerhalbinsel. Das gleiche gibt es auch in der Grand und in den Sangamarschen zum Beispiel. Es ist eine Motivation für Leute, dann doch am Open-World-PvP teilzunehmen, weil man da halt solche speziellen Mechaniken eingebaut hat. Da muss man dann mal sehen, wie schnell oder wie langsam das nachlässt. Aber das Fliegen ist nicht der einzige Grund, wieso das Open-World-PvP so ein bisschen leidet in BC. Denn damit kommen wir zur nächsten Begründung, wieso BC nicht so gemocht wird von Classic-Fans. Jetzt nämlich Arenen. Das Arenasystem wurde eingeführt. Neben den Schlachtfeldern eine weitere instanzierte Möglichkeit, PvP zu betreiben mit verschiedenen Teamgrößen. Das Ähresystem wurde damit natürlich komplett überarbeitet, was auch noch einige nicht so schön finden. Ich sage dazu nur zum Glück und ich glaube, die meisten sind da eher positiv gestimmt, dass man auch mit ein bisschen weniger Zeit etwas im PvP von WoW erreichen kann in BC. Auch wenn das Balancing der Klassen vielleicht nicht gerade optimal war. Das ist ja eigentlich in jeder WoW-Erweiterung so. In BC war das vielleicht noch ein bisschen mehr als in einer anderen Erweiterung. Da muss man, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Wozu ich aber was sagen möchte, ist das generelle Thema PvP. Ich glaube, die meisten haben gemerkt, dass die Vorstellungen, die man hatte, vom klassischen PvP in Classic nicht wirklich erfüllt wurden. Das liegt unter anderem an einigen Dingen, die die Entwickler gemacht haben. Zum Beispiel an dem Patchstand, mit dem Classic veröffentlicht wurde. Zum anderen lag das aber auch an den Spielern selbst. Wir sind nicht mehr die Noobs, die wir früher waren, als wir bei WoW angefangen haben. Wir kennen alle das Spiel. Wir wissen, was gut ist, was schlecht ist, womit man sich Vorteile verschaffen kann. Das PvP hat darunter stark gelitten, vor allem das Open-World-Pvp. Natürlich gibt es auch heutzutage noch große Schlachten in der offenen Welt. Doch das generelle Feedback, was ich zumindest so gelesen habe auf Reddit, im Forum und so weiter, ist halt, dass das alles leider nicht so ist wie damals. Und wenn jetzt die PC-Server kommen, muss man halt einfach sagen, dass es vielleicht sogar einen Vorteil mit sich bringt, dass jetzt die Arenen vorhanden sind für die Leute, die gerne PvP spielen. Die können sich dann in den Arenen wirklich austoben. Und das Open-World-Pvp ist halt einfach so eine Sache, das wird, glaube ich, niemals mehr gut werden, weil wir Spieler uns verändert haben. Sicherlich hat da jeder was anderes zu sagen. Auch dazu könnt ihr gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt über das Open-World-Pvp in Classic und was das dann vielleicht auch für eine Bedeutung in Burning Crusade hat. Kommen wir zum nächsten Punkt, der auch noch was mit dem PvP zu tun hat. Und das ist die Abhärtung der PvP-Wert, der mit TBC eingeführt wurde. Auch hier gibt es halt die Leute, die das gut fanden und die Leute, die es halt schlecht fanden und die dementsprechend das Classic-System eher bevorzugen. Was genau ist hier das Problem? In Classic ist es halt so, dass es keinen großen Unterschied zwischen PvP und PvE-Ausrüstung gab oder gibt. Es war auch möglich, mit guter PvE-Ausrüstung im PvP richtig abzugehen. Je nachdem, welche Ausrüstungskombination man hatte, hatte man auch seine Vorteile, seine Nachteile. In BC ist es aber nun mal so, es gibt die PvP-Ausrüstung und wenn du keine PvP-Ausrüstung hast, wenn du gegen jemanden kämpfst, der PvP-Ausrüstung aber anhat, dann hat man definitiv verloren, da er halt sehr viel weniger Schaden von dir bekommt durch die Abhärtung oder Resilience, wie es im Englischen heißt. Naja, und aufgrund dessen, dass es dann die PvP-Ausrüstung gibt, sind die Individualisierungsmöglichkeiten auch sehr gering. Während man in Classic halt allmögliche Ausrüstung zusammenschmeißen konnte, um sich halt wie gesagt irgendwelche Vorteile zu verschaffen, hat man in BC nur eine Auswahlmöglichkeit, nämlich zieh die PvP-Ausrüstung an und fertig. Ein Vorteil des Ganzen ist aber sicherlich, dass das PvP dadurch ausbalancierter war, dadurch, dass natürlich die Entwickler nur noch einen Blick auf die Abhärtung werfen mussten, um es halt zu balancen, war es für sie auch sehr viel einfacher. Ein anderes Problem, wenn man noch nicht viel PvP gespielt hat und dann damit anfangen möchte, wird man sehr wahrscheinlich gegen Spieler kämpfen, die sehr viel Abhärtung bereits haben und das Spielgefühl ist dann nicht unbedingt das Beste, vor allem auf Schlachtfeldern, wo man ja seine Starter-PvP-Ausrüstung sammelt und alle paar Sekunden am Friedhof vorbeischaut. Heißt also im Endeffekt, wer PvP spielen möchte, der muss zu Beginn einer neuen Saison auf jeden Fall sofort damit anfangen, sonst hat man Pech, wer später anfängt, der muss einen langen, qualvollen Weg gehen. Auch dazu könnt ihr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, was findet ihr besser. Meine Meinung dazu ist, ich mag die Trennung, es ist natürlich ein bisschen extrem, was in BC dann halt passiert ist, aber so ist es halt in TBC und so wird es dann auch auf den TBC-Servern sein. Als nächstes haben wir die Raid-Größenumstellung, natürlich in Classic waren es 40er-Raids, manchmal auch 20er oder 10er, nee 20er, 10er gab es ja gar nicht. Dafür gab es aber mit Karazhan den ersten 10er-Raid in BC und natürlich auch nachher mit Sulaman und ansonsten gab es 25er-Spieler-Raids. Auf jeden Fall wurde die Spielergröße stark verringert und das war für Gilden natürlich weniger schön, die bisher mit 40 Leuten geradet haben, denn auf einmal mussten sehr viele rausgeschmissen werden, wenn man es jetzt so möchte, oder auf die Ersatzbank gehen, weil halt so viele Spieler nicht mehr mit in den Raid gehen konnten. Ich denke, es ist sehr verständlich, dass Leute, die Classic gespielt haben, aktiv mit ihrer Raid-Gilde das nicht so cool fanden, allerdings muss man hier auch sagen, dass es schon eine Erleichterung in BC ist, dass man anstatt immer 40 Leute aktiv zum Raiden zu haben, nur noch 25 braucht. Und schön wiederum ist, dass dann diese 25 Leute immer wieder aufgeteilt werden müssen auf 10 Leute und 25 durch 10 zu teilen ist nicht ganz so leicht, wie ihr euch vorstellen könnt, um zum Beispiel in den ersten Raid reinzugehen, Karazhan und später halt auch nach Sulaman zu gehen. Ich denke, wir sind uns fast alle einig, dass eine variierende Raid-Größe kein gutes Konzept ist, weil das halt den Zusammenhalt einer Gilde sehr stark schwächt. Ich kenne da diverse Geschichten aus der Vergangenheit, wodurch Gilden halt in 2 gebrochen sind, weil man halt Spieler aufteilen mussten und im Endeffekt, wenn man Spieler aufteilen muss, dann läuft es oftmals darauf hinaus, dass es eine gute Gruppe gibt und eine schlechte Gruppe. Und wenn man in der schlechten Gruppe ist, ist man so ein bisschen neidisch auf die gute Gruppe. Das war zumindest bei mir manchmal der Fall, auch als zum Beispiel in WUTLK dann die 10er und die 25er Rates da waren mit einem geringeren Item-Level in den 10ern als in den 25ern. Weil es auch ein anderer Schwierigkeitsgrad war. Das hat auch immer zu Reibungen geführt und ich verstehe auf jeden Fall, wenn das ein Kritikpunkt ist. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir 20er und 40er AQ haben oder Sulgurub als 20er Raid. Ist also nicht so, als wäre das eine komplett neue Situation. Meine persönliche Meinung zu dem Thema. Ich freue mich eher auf das Raid-System von Burning Crusade, aufgrund dessen, dass man weniger Leuten auch was anfangen kann. Und dass man nicht immer darauf angewiesen ist, dass die 39 Leute in einem Raid wirklich das machen, was man ihnen sagt. Wobei das in Raids von Classic zumindest bis zu einem gewissen Grad auch nicht immer nötig war. Und nun komme ich zum letzten Punkt. Einige wundern sich vielleicht, dass ich bei dem Thema Raids nicht auch die Attunement-Quest erwähne. Mache ich nicht, denn ich finde Attunement-Quests gehören halt zu Classic auch mit dazu. Auch wenn die in Burning Crusade noch ein bisschen aufwendiger waren. Ich mag sie und das ist auch weniger ein großer Kritikpunkt als die, die ich hier bisher erwähnt habe. Deswegen lassen wir das Attunement-System einfach mal außen vor. Worum es jetzt geht, ist aber die Lore tatsächlich und das Gefühl von Horde vs. Allianz. Denn durch Burning Crusade geschah zum ersten Mal das, was oftmals sogar noch im modernen WoW kritisiert wird. Nämlich, dass Horde und Allianz in Shadra zusammenkommen, sich nicht bekämpfen, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Während man sich außerhalb dieser Stadt die ganze Zeit bekämpft. Man hat ja sogar die ganzen PvP-Objekte, obwohl man andersherum wieder für die gleiche Sache kämpft. Das ist halt lore-technisch schon immer ein bisschen fragwürdig gewesen. Das war schon immer in jeder WoW-Erweiterung so. Man hat zwar diesen größeren Feind und da muss man sich wieder zusammentun, um ihn zu bekämpfen. Danach ist man dann aber wieder im Krieg. Manchmal ist auf einmal das Hauptthema einer Erweiterung wieder der Krieg zwischen Horde und Allianz. Obwohl man dann sogar in der Erweiterung wieder zusammen miteinander kämpft, um dann wieder ein anderes Übel zu besiegen. Das ist halt echt immer total bescheuert und mit Burning Crusade hat das halt aktiv angefangen. Und das ist jetzt nicht unbedingt der größte Kritikpunkt overall. Aber es macht halt schon dieses Feeling auf jeden Fall kaputt, dass es die Horde gibt und die Allianz gibt. Und das ja das Hauptthema von World of Warcraft ist, dass man sich gegenseitig bekämpft. Wirklich viel kann ich dazu nicht sagen. Es ist in einem MoRPG glaube ich immer sehr schwer, so ein richtig gutes Feeling zu erschaffen bei Fraktionen, wenn man im Endeffekt doch immer den gleichen Content spielt. Ob Blizzard das jetzt gut oder schlecht gemacht hat, da diskutieren wir jetzt besser nicht. Ich finde es auch manchmal fraglich, aber es wäre für mich kein Grund, dass ich nicht Burning Crusade spielen würde deshalb. Da muss ich halt wirklich sagen, dass ich von der Gewichtung die Tatsache sehr viel schlimmer finde, dass zum Beispiel die Spielwelt immer kleiner wird, wenn es rein um das Feeling von diesem Spiel geht. Dennoch sollte man das jetzt nicht irgendwie in die Ecke kehren, denn das Feeling in einem Spiel ist wirklich wichtig. Wenn es ein gutes Feeling ist, wenn man wirklich viel Spaß hat, dann will man das Spiel natürlich auch sehr viel mehr spielen. Auch wenn man jetzt irgendwie ein besseres Raids-System hat, womit man leichter in Raids kommt, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass man das Spiel deshalb sehr viel öfters und sehr viel länger spielt, wenn alles andere sich nicht gut anfühlt. Auch wenn das jetzt ein Extrembeispiel ist, aber vielleicht wisst ihr ja, worauf ich hinaus möchte. Oftmals, wenn es um Classic geht, geht es halt wirklich darum, dass Leute das Spielgefühl damals sehr viel besser fanden, was natürlich vor allem auch daran lag, dass das RPG im Fokus stand. So, jetzt sind wir fast am Ende des Videos angekommen, aber so ein paar Sachen stehen noch auf meiner Liste. Erstmal so ein paar Punkte, wo ich mich besonders darauf freue. Ich kann es nur nochmal sagen, generell freue ich mich extrem auf die TBC-Server. Damals zur Classic-Berichterstattung erwähnte ich schon einmal nebenbei, ich finde zwar Classic mega cool und es hat mich gefreut, die Levelphase wieder zu erleben, ein Abenteurer zu sein und nicht der Titanentöter of Azeroth. Ich fand das ein tolles Feeling, muss man hier wieder zu sagen. Aber was das Endgame angeht, da freue ich mich halt sehr viel mehr auf Burning Crusade. Meine Top 3 Punkte sind die Folgen. Erstens die Raids, vor allem wegen der geringeren Raidgröße, aber auch wegen der Boss-Mechaniken. Natürlich kann man auch diese nicht mit dem modernen WoW vergleichen, also Legion oder BFA, aber die BC-Boss-Mechaniken sind sehr viel besser zum Beispiel als die klassischen Boss-Mechaniken. Auch wenn zum Beispiel in Naxxramas oder in AQ schon die Entwickler sich damals ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, als zum Beispiel in so einem geschmolzenen Kern. Doch TBC ist für mich auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, zumal auch der Schwierigkeitsgrad da ein bisschen interessanter gestaltet ist. Mal abgesehen davon sind die Raids natürlich auch mega hübsch vom Aussehen her, vom Feeling her. Karazhan, All-Time-Favorite oder auch das Sonnenbrunnen-Plateau, wo wir natürlich noch sehr weit von entfernt sind. Der zweite Punkt sind die Klassen. Mal abgesehen davon, dass man als Allianzler endlich Schamane und als Hortler endlich Paladin spielen kann, ist die Klassen-Ballings, glaube ich, ein bisschen besser. Und auch wenn das wieder einige als Negativpunkt sehen, Hybrid-Klassen sind ein bisschen besser spielbar. In Classic ist es ja zum Beispiel so, dass zum Beispiel bei den Tearsets oftmals nur eine Spielweise der Klasse bevorzugt wurde. Bei Droiden waren irgendwelche Boni für den Heil-Droiden drauf. Wenn man jetzt einen Tank-Droide gespielt hat, konnte man mit dem Tearset aber nicht viel anfangen, weil die ganzen Boni nur für die Heilung da waren. Das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Und es gibt auch viele andere Situationen, wo man halt stark gemerkt hat, okay, diese Spielweise wurde offenbar komplett von Blizzard ignoriert. Sicherlich ist PC da nicht perfekt. Und oftmals gibt es immer noch bei einigen Klassen bestimmte Spielweisen, die eher ungern mitgenommen werden, die wenig Schaden machen, wenig heilen, eher schlechter tanken können als andere. Das Hybrid-Konzept ist aber immer noch vorhanden, was wichtig ist, weil ich mag das Hybrid-Konzept. Trotzdem hat man halt mehr Möglichkeiten bei den Klassen, finde ich zumindest. Und das ist schon immer so ein Punkt gewesen, der mich in Classic genervt hat im Endgame. Wie gesagt, einige sagen jetzt, du hast das Klassensystem von Classic einfach nicht verstanden, bla bla bla. Ich sehe das so, wenn ihr das anders seht, ist das auch okay. Ich freue mich auf die Klassen in BC. So, und der dritte Punkt ist auch etwas, wo Leute wahrscheinlich eher Kritik äußern werden, aber das allgemeine Endgame. Ich habe schon damals oft gesagt, Classic ist für mich vor allem die Level-Phase, das Abenteuer, die Reise, nicht unbedingt das Endgame. Worauf ich mich halt wirklich in Classic gefreut habe, ist der Weg von Stufe 1 bis 60. Vor allem halt, weil mich das Endgame nicht unbedingt da angesprochen hat. In TBC wiederum spricht mich das Endgame an. Es gibt zum Beispiel Heroische Dungeons, man kann Arenen spielen, man kann reden gehen. Es gibt auch so ein paar Dailies, das Rufharmen ist interessanter gestaltet. Natürlich gibt es hier und da auch wieder so ein paar Abzüge, was in Classic dann wieder besser war. Zum Beispiel das Handwerk, weil es da mehr Auswahl gab. Aber ich sage jetzt mal so, das Handwerk in Burning Crusade ist jetzt auch nicht so schlecht, wie zum Beispiel im modernen WoW. Ich weiß, dass viele Classic-Fans das Endgame von Classic gerade deshalb gut finden, weil es keine wirklichen Ziele gibt. Natürlich, man kann Rufharmen, weil das Ziel ist dann eher fürchtiger Rufstatus. Aber es gibt nicht sowas wie Dailies oder man muss nicht unbedingt Rufharmen, um zum Beispiel die Heroischen Dungeons freizuschalten. Es gibt da noch diverse andere Beispiele. Man wird halt zu nichts gezwungen. Man bekommt halt seine Handwerksrezepte. Dafür kann man das machen. Es ist aber eher etwas Optionales. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig erklärt bekomme, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Im modernen WoW ist es ja zum Beispiel so, dass sehr viele Leute kritisieren, dass das Endgame nur noch eine Karotte an der Angel ist. Man wird immer durch irgendwas angelockt, muss dafür dann halt sehr viel Grind-Arbeit machen oder sehr oft täglich irgendwas besuchen und man hat nicht so viel die freie Auswahl. Im klassischen Endgame ist es halt so, man kann das machen, was man möchte. Mit Burning Crusade hat es dann halt angefangen, dass man schon sehr viel mehr gemerkt hat, was WoW eigentlich ist, nämlich ein Theme-Park-MMO, dass die Entwickler einem vorgeben, was man machen könnte, was man machen sollte, anstatt, dass man die freie Hand hat und selbst entscheidet, womit man sich gerade beschäftigen will. Auch wenn das im PC immer noch möglich ist. Aber im modernen WoW ist das halt so ein bisschen anders geworden. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gut, soviel dazu. Jetzt ist mir noch ein Punkt eingefallen, den ich vorhin bei der Umfrage gar nicht erwähnt habe. Deswegen bringe ich den hier erst am Ende des Videos. Und zwar ist bei der ersten und der vierten Antwortmöglichkeit immer von Transfer die Rede. Man transferiert entweder von Classic auf TBC oder von TBC auf Classic. Und dazu wollte ich noch sagen, dass ich das problematisch finde. Ich fände es besser, wenn man kopieren würde. Denn Transfer heißt ja eigentlich, man verliert seinen Charakter in Classic und kann dann nur in TBC weiterspielen beziehungsweise andersherum. Wäre es nicht besser, wenn man eine Kopiermöglichkeit einfügt, man kopiert seinen Charakter von Classic auf TBC, kann jetzt TBC spielen. Wenn man Lust hat, kann man aber auch immer auf seinen tollen Charakter in Classic wieder wechseln, um dort zum Beispiel mal wieder raiden zu gehen mit seinen Freunden, wenn man da Lust hat. Oder man hilft vielleicht anderen Spielern aus, die in Classic noch unterwegs sind und jetzt im Moment noch nicht TBC spielen wollen. Es klingt für mich halt irgendwie sehr viel logischer, eine Kopiermöglichkeit anzubieten, weil man ja sonst doch wieder nicht das Konzept so richtig hat, dass man immer in die Erweiterung reinschnuppern kann, wo man gerade darauf Lust hat, dass man auch wieder zurückkehren kann, ohne jetzt extra einen komplett neuen Charakter da leveln zu müssen. Was aber klarerweise beachtet werden sollte, ist, dass diese Kopie einmalig ist, denn ansonsten wäre es ja möglich zum Beispiel Geld zu kopieren. Wenn ich jetzt mehrmals meinen Classic Charakter auf die TBC Server bringen kann, kann ich das auch mit dem Gold machen und den Items, die dieser Charakter hat und sie dann alle zu meinem Main Charakter hinschicken, damit er reich wie sonst was wird. Das ist ja wie eine Gelddruckmaschine. Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau deshalb die Entwickler erstmal nur Transfer geschrieben haben, anstatt Kopie, um nicht bei jeder Antwortmöglichkeit so ein kleines Sternchen dran zu machen und unter der Umfrage dann so ein Riesentext. Das bedeutet natürlich nicht, dass das und das gilt und darauf achten wir auch und hier und da und tralala, sondern wir sagen erstmal ganz basic, Transfer A oder Transfer B, was findet ihr besser? Alles klar, das wollte ich jetzt nochmal am Ende sagen. Danke fürs Zuhören. Jetzt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Die ganzen Hater, die eh nichts von den ganzen Retro-Servern wissen wollen, die brauchen erst gar nicht ihren Kommentar zu schreiben, weil ich eh schon weiß, was sie schreiben wollen. Lasst doch einfach die Leute, die gerne die Altenarbeitung spielen wollen, das auch spielen. Die Entwickler haben das Potenzial gesehen, das ist schön und demnach wird es auf jeden Fall stattfinden, egal wie oft ihr euch darüber beschwert, dass offensichtlich alle Ressourcen von modernen WoW in die Entwicklung von TBC-Servern wieder fließen, was nicht der Fall ist, aber hey, scheinbar sind diese Gerüchte sehr stark vertreten in dieser Welt. Also wie gesagt, danke und bis bald. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.